Mit Mami liefern hier Luciano und Bia ein Brett, was sich definitiv von der Masse abheben lässt. Der beat ist eine brutale Kombination aus Jersey und Drill und catcht hard. Und wird safe so manche cooles im Club schicken lassen und deshalb eine 8,5. Die Punchlines im Wechsel von Deutsch und Englisch machen den Track mega interessant. Vom Flow her bewegt man sich hier wahrlich im Champions League Niveau, daher eine 9 von 10. Vom Viper ist das hier ein totaler Turnup Track, den wir sehr fühlen und deshalb eine 9 von 10. Im Gesamten liefern der Deutschrap Drill King Luciano und Bia uns einen Sommerbanger der Superlatine. Mit seinen internationalen Kollabos, so wie Sveda, El Busta oder Bia, bleibt er weithin on top of the line und daher eine 9,5. Teilst du unsere Meinung oder siehst du es komplett anders, dann schreib es uns in die Kommentare. Du möchtest wissen, welche Tracks straight up fire oder tracks sind, dann folg uns für einen Meckern. Straight up!